hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit mir den stilie so mal sehen wie wir weiterkommen neuer tag 8 uhr 17 wenn wir die fahrzeuge erstmal wieder in gang oder willst du nicht noch gar nicht gedrückt okay auf geht's so der ist der müsste jetzt fertig sein ich hatte den nämlich hier fällt acht düngen lassen dass der damit null liter weggekommen es sich lassen noch mal voll machen und fahren so außerdem man sich hier ein bisschen bisschen mist verkaufen er liefert noch die bga nord an jetzt jetzt hier abbiegen müssen aber gut dass wir wenigsten den mist platz vom großen kuhstall leer machen und gülle haben wir auch jetzt jede menge und deswegen lasse ich jetzt auch die fermenter oder den separatoren auch mal wieder gülle geben nicht nur gäreste so was steht heute an ja weiter mit mist dünnen einfach mal schauen wo wir vielleicht noch hand anlegen müssen ach könnte dann der dünger streuer drauf 72 könnten wir noch mist streuen und wenn die können den dünger streuer mal umfahren lassen überall wo wir sagen da muss noch was wo wo nicht grün ist wie zum beispiel 66 fahr du mal dahin auch wenn du dann umsonst dahin fährst aber dann schicken wir dich von da aus weiter so kannst du was auffüllen hier du wirst sogar leer dann fahr mal durch und hol der mal was neues und der hat sie jetzt einmal die große runde gemacht okay eine wachstumsstufe haben wir nicht bekommen das hatten wir nicht auch bei ne das haben wir glaube ich schon gemacht hier welt 39 gut da sind noch einiges rot jetzt ist voll nein alles für die stromgewinnung zellstofffabrik karton fast voll das können wir doch da können wir doch abhilfe schaffen oder nicht hafen gebiet zellstoff paletten ausgang der ist wieder leer der holt noch mal mist wie viel ist hier noch drin ist schon weniger geworden also lohnt sich das in traktor auszumachen So, ein bisschen was verkaufen. Auf 3000 gibt es pro Fuhr, nicht viel, aber dann haben wir da ein bisschen Ruhe, müssen nicht laufend Mist fahren. Wir wollen jetzt erstmal hier gucken. Er lässt uns aber nichts mehr streuen, wie man sieht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Feld. Wie sieht es denn hier aus? Frag Nummer 5 Freund. Weil hier fällt. Können wir gleich loslegen. Das brauche ich. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Kein Kurs. Kurs generieren. Wahrscheinlich fängt er jetzt drüben an. Sogar auf diese Seite. Und wir wollten noch walzen, genau. Hier kommen wir jetzt erstmal am ersten Wegpunkt. Hier können wir wieder auffüllen. Ein bisschen was an Neue haben wir auch reinbekommen. Silage ist ein bisschen was weggegangen, aber die sollte auch im Fermenter produziert werden. So. Dann weiter. Ihr könnt erstmal weiterfahren. Hier wollte ich hin. Kartonpaletten holen. Aufladen direkt. 37 Paletten. Äh, 47 Paletten. Und Abmarsch. Wir sollten vielleicht noch Spanngurte dran machen. Aber es sah so aus, als wäre Welt 8 durch. Was hast du jetzt gebraucht? Du bist jetzt einmal, ja, sagen wir mal, 6 Prozent. Okay. Ist teilweise sehr unterschiedlich. Hier unten sehe ich eher rot. Wie die Bahn, da scheint er nicht viel zu streuen. Jetzt wird es hier rot. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr. Jetzt geht er auch da hoch. Sollte aber jetzt gleich auch wieder runter gehen. Wir wollten auch walzen. Und Strom müssen wir auch hier rein tun. Mal ein Stück vor. Mal ein Stück vor. Ist voll. Okay. Dann lassen wir es bekommen. Hier sind schon zwei, die auffüllen. Ja. Ja. So, Diesel könnten wir fahren. Du kommst erstmal wieder auf deinen Platz. So, dann fahrst du mal Diesel. Und zur Fischerei 1. Und du holst dir das bei der Raffinerie. Im Süden. Dieselausgang. Wir legen mal eine Fahrt fest. Wir müssen mal hier schnell rüber. Wir müssen die Walze organisieren. Waren wir die verfrachtet. Wir haben hier vorne eine Spitze. Wir müssen nur ummodeln. Wir müssen auch was repariert werden. Wir müssen auch mal ein paar Worte. Config. Feldwalze. Okay. Dann schauen wir mal, wo soll denn gewalzt werden. Ich glaube, Feld 13 war so ein Fall. 13 und 69,70. Fangen wir mal mit 13 an. Ja, ist schon leer, okay. Nee, der ist nämlich noch gar nicht fliegen. Dem fehlen noch die 200 Meter da. Habe ich auf der Karte auch gar nicht so gesehen. Aber gut. Mach schon mal die Bordwand weg. Kommen wir hier noch ein bisschen was nachgearbeitet. Okay. Aber ich bin immer noch bei. Dann. Hätte mich nämlich auch gewundert. Nein. Es gibt neue Feuerwehreinsätze, meine ich. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten Wagen. Unimog. Und für Konsole gibt es jetzt die Feuerwehrgeschichten auch. So, dann solltest du jetzt auch so gut wie fertig sein. Du bist noch lange nicht fertig. Oh, da hat er sogar einmal aufgehört. Zu dünnen, weil wahrscheinlich einfach genug da war. Sollte eigentlich aber fertig werden mit dem Feld. Mit einer Füllung. Hier müssen wir noch zehn Minuten warten. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob heute Abend, in der Aufnahme ist Donnerstag, ob vielleicht eine neue Version rauskommt. Mit dem Hofladen, aber nur Hofladen, bin ich ein bisschen wenig. Es war viel Arbeit drin, glaube ich auch. Die ganzen Produkte da einzupflegen und auch das mit der Bank. Aber irgendwie hätte ich mir eine Produktion gewünscht oder so. Aber mal sehen, was kommt. So, er ist durch. Dann will ich sagen, haben wir denn noch ein Feld, was wirklich... Weil wir sind jetzt auf Feld 8 hier. Wie sieht es denn mit Feld 23 aus? Gucken wir mal. Lass mich mal da hin. So. Ich glaube, das hier ist unser richtig. Wir brauchen 180. Und im Prinzip haben wir teilweise 0. Also können wir den ruhig 23 machen lassen. Damit wir nicht so viel Mineraldünger verbrauchen. Wir müssen es auch direkt hinfahren. Also leer bist du ja jetzt nicht. Einen alten Kurs können wir schon mal rausschmeißen. Ja, fährt auch direkt zu 23. Ich muss nur auffassen. Ich habe wahrscheinlich Feld 13. Der dürfte hier sein, ne? Ja. Können wir auch mal bei den Pferden vorbeischauen. Aber irgendwie wird sich da nicht so viel. Wir sind ja schon ein paar Tage alt. Sauberkeit. 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 Das ist das Striegeln. Geschlechterreife. Dann müsste jetzt auch die Sauberkeit bei 100% sein. Ich mache auf jeden Fall nicht so viel Arbeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir hier mit der Walze richtig? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Gucken, was er auf der Karte sagt. Dann machen wir ihn nochmal hoch. Dann berechnen wir mal einen neuen Kurs. Fängt da drüben an. Wir machen das Kurs. Ja, das ist die Kurskarte. Wir machen das Kurskarte. Wir machen das Kurskarte. Hier sind die Kurskarte. wegpunkt na warte ruhig dann kommen wir in dem zeit den hier anstellen so da unten leerpaletten die müssten wir eigentlich auch hinbekommen ich hatte nämlich in der nacht schon mal leerpaletten abgeholt so der hat hier auch erst mal was zu tun wird er auch paar ladungen brauchen aber wir haben ja genug am hof auch wenn es das lager dann leer wird aber bei den schweinen ist noch jede menge da ist auch gülle hier wenigsten im schweinestall 1 da ist die gülle scheint richtig voll zu sein wir hatten nicht mal 50 prozent gebraucht also wird mit sicherheit hier fertig dann haben wir die nächsten feldgrün ja wenn man hier sieht dass da durfte nichts drauf und hier aber es hängt ja immer dann auch an die frucht die drauf muss oder drauf ist in dem fall so aber den schicken wir weiter hier 69 70 71 71 wollten wir ja nicht weil da 80 teilweise nicht gebraucht wird da kommt der dieselfahrer da kommt der dieselfahrer der ist auf dem weg zum hof da sollen wir jetzt noch mal gucken was wir beim sägewerk haben wir haben ja drei schichten an ein bisschen was sollte ja schon wieder produziert worden sein so liebe leute das war's von dieser folge ich hoffe es hat euch gefallen ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der nordwesischen marsch mit mir geht's die tschau tschau